So Harz klingt, wenn wir so weitermachen, findet mit Sicherheit die Zukunft nicht in Deutschland statt. Und bei uns hat man einfach nur Angst, dass alles untergeht. Wenn wir mal so weitermachen, wenn wir uns die Wirtschaftsdaten anschauen, ich meine, seid eine Industrienation und bei euch ist Energie so teuer, dass die energieintensive Industrie, in diesem Fall auch die chemische Industrie, aber auch Automotive und sonstige abwandern. Alle Leute lieben ihr Land und sind happy und sagen, wir leben im besten Land der Welt. Und das ist in Deutschland leider nicht mehr so der Fall. Die sagen alle, sie würden nie wieder zurückkommen und viele sagen, sie erkennen Europa nicht wieder und sind fassungslos. Also Einwanderung in Sozialsysteme ist hier nicht erwünscht. Illegale Einwanderung ist unmöglich. Die haben die Tore schon lange zugemacht und jeder, der nach Australien illegal kommt, wird außer Landes geschafft als Zero Tolerance. Hier ist weder eine Diktatur noch, geht die Welt unter und ich sehe die Leute hier wesentlich happier und wesentlich zufriedener und stolz auf ihr Land als bei uns. Also die Stimmung hier ist ganz anders als in Deutschland. Das muss man einfach so sagen. Deswegen haben die vielleicht doch nicht alles falsch gemacht. Nicht überall auf der Welt ist es so, dass die Welt sich über Messerstichereien, über eine steigende Kriminalität, Wohlstandsverlust, eine verlorene Energiepolitik und eine Perspektivlosigkeit unterhält. Ich habe heute Matthias Weig, ihr kennt ihn als wahrscheinlich den oder einen der bekanntesten Bestsellerautoren Deutschlands eingeladen, um mit ihm über die relevanten Probleme zu sprechen. Wir werden vor allem darüber sprechen, wie es gerade in Australien ist, denn wir haben eine Live-Schalte zu ihm aufgebaut. Außerdem schauen wir uns einmal an, was er über das digitale Zentralbankgeld und das Thema Vermögensschutz denkt, wie er es sieht und wo er die Potenziale sieht. Es wird spannend. Schaut euch dieses Gespräch gerne bis zum Ende an und lasst jetzt schon mal einen Daumen hoch da bzw. teilt das Video. Viel Spaß in diesem Interview. Wir haben eine Live-Schalte aufgebaut nach Melbourne, Australien. Ich freue mich, dass wir dich, Matthias, heute begrüßen dürfen, um über die deutschen Probleme zu sprechen und das, was uns hier in Deutschland berührt. Du hast ja einen direkten Vergleich, deswegen freue ich mich umso mehr, wenn wir mal die eine oder andere Vergleichslinie ziehen. Herzlich willkommen, schön, dass du wieder da bist. Beim letzten Gespräch ging es ja um dein Buch, die Abrechnung, mittlerweile hier, Spiegel Bestseller. Und ja, ich kann es dir jedem empfehlen, der es noch nicht gelesen hat. Wir verlinken es gerne mal hier unten. Servus. Danke für die Einladung und ja, ich bin am anderen Ende der Welt und es ist auch mal ein bisschen hilfreich, wenn man mal aus der Bubble Deutschland-Europa rauskommt und mal schaut, wie sieht es denn woanders aus. Und jetzt am Ende der Welt, wo es für uns sehr weit weg ist, was sind dort die Probleme, was tangiert die Menschen. Ich habe hier auch mal einige Jahre gelebt, Anfang der 2000er auch studiert und bin öfters nach Australien gekommen. Aber jetzt war ich eine Weile nicht mehr da und die Veränderung, die ich jetzt sehe, die ist schon drastisch. Also da sage ich ganz klar, bei uns geht es abwärts und hier geht es aufwärts. Hier ist die Stimmung, obwohl wir gerade so am Rande der Rezession sind, wesentlich besser. Alle Leute lieben ihr Land und sind happy und sagen, wir leben im besten Land der Welt und das ist in Deutschland leider nicht mehr so der Fall. Wir sehen ja den Wohlstandsverlust in Deutschland vor unseren Augen und es ist wirklich traurig, wenn man stolz auf ein Land ist und das auch mit viel Liebe aufbaut. Und wir haben ja auch als Leistungsträger, nenne ich uns das mal, der Gesellschaft auch, glaube ich, auch an steuerlichen Einnahmen einiges zurückgegeben. Wenn man dann auf der anderen Seite sieht, wie die Regierung mit den Geldern umgeht, dann muss man schon die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Die letzte Zeit raubt den Deutschen extrem viel Wohlstand. Wie stehst du dazu? Ja, kann ich voll und ganz unterschreiben und ich meine, ich sage es mal so, die deutsche Community hier wächst und die Leute, die hier herkommen, das sind in der Regel Leute, die sehr, sehr gut ausgebildet sind und Leute mit sehr viel Geld. Also der Ultra High Net Worth, der kommt immer mehr, weil sie sagen einfach, das Leben ist hier besser, entspannter, sicherer und gerade auch die Freunde und Bekannte von mir, die nicht nur aus Deutschland, sondern aus Europa so vor 20, 25 Jahren ausgewandert sind, die meisten so nach dem Studium, die sagen alle, sie würden nie wieder zurückkommen und viele sagen, sie erkennen die Europa nicht wieder und sind fassungslos. Was mir aufgefallen ist, ich meine, Melbourne ist eine Stadt mit über 5 Millionen Einwohnern, also größer als Berlin. Es ist hier so sauber. Ich denke mal, bin ich in Singapur oder so, es ist unvorstellbar, was hier in der Stadt ging. Früher war es nicht so, muss ich sagen, ganz klar vor 20, 25 Jahren. Also hier tut sich wirklich einiges und auch am Arno Flynn Street Station, der Hauptbahnhof, ist so sicher und auch selbst dort auf dem Boden alles sauber. Und das finde ich, das ist schon das drastische Beispiel und auch Freunde von mir gerade, die ehemalig aus Deutschland sind, die sich jetzt mittlerweile als Australier bezeichnen und sagen, was ihr alles so hinnimmt als selbstverständlich, dass jetzt plötzlich Poller bei Weihnachtsmärkten stehen. So was gab es nicht. Also wenn man das den Menschen hier erzählt, die schütteln fassungslos den Kopf. Also hier ist es wirklich eine ganz andere Welt. Ich muss dich nochmal korrigieren, Jahresendmarkt bitte. Ich möchte auch nicht, dass du Worte aus dem christlichen Glauben übernimmst, wo wir auch bei der Sprache wären. Das Gendern ist ja mittlerweile auch recht im Trend. Also ich muss dir eines sagen, ich habe jetzt vor einer Woche einen Bewerber persönlich gesprochen, der hat mir dann in dem ersten Satz seine Pronomen genannt. Und dann rollst du dann schon die Augen, weil du eigentlich überhaupt nicht mehr weißt, wie du mit diesem Thema umgehen sollst, wenn du nicht in dieser Generation aufwächst und du nicht in dieser Ideologie unterwegs bist. Wie sieht es denn mit dem Gendern in Australien aus? Was erlebst du da? Das gibt es auch bei den jungen Leuten. Wie gesagt, wir sind jetzt auch die Älteren. Die Älteren sind auch etwas sprachlos. Aber ich glaube, das ist eine globale Sache. Also das ist in allen westlichen Nationen so. Aber hier wird das alles auch ein bisschen lockerer gesehen und mit Humor. Und auch, dass jeder weiß, dass man was mit dem Klima machen muss. Aber keiner würde sich hier auf die Idee kommen, auf die Straße zu kleben. Als ich das mal an Freunden und Bekannten erzählt habe, die haben auch etwas amüsiert, gelächelt, dass sich die Leute auf die Straße kleben. Und auch Elektroautos, wo man ja bei uns sagt, die ganze Welt wird uns folgen. Also anscheinend ein Prozent aller Autos in Australien sind Elektroautos. Man sieht ab und an in Melbourne einen Tesla in den teureren Gegenden. Aber sonst ist alles Benzin. Und ich muss sagen, Lastenverräder boomen ja in Deutschland. Ich habe jetzt in den letzten zehn Tagen wirklich noch kein einziges gesehen. Und ich war sehr viel unterwegs. Ja, ich wollte auch noch zu dem Festklebenthema in Australien sagen, das wäre wahrscheinlich auch keine gute Idee. Weil da verbrennt sie dann recht schnell den Hintern bei den Temperaturen. Aber nochmal zurück zu Deutschland. Ich habe mir mal so ein bisschen die Sparvermögen der Deutschen angeschaut. Es sind immer noch 40 Prozent der Geldanlagen in Girokonten fest. Und die German Angst hängt in der DNA der Deutschen. Glaubst du, wir werden die irgendwann noch überwältigen, bevor es dann dazu kommt, dass wieder viele Menschen merken, dass die Inflation ihr Vermögen eigentlich in den letzten Jahren aufgefressen hat? Soll ich ganz ehrlich sein? Nö, glaube ich nicht. Weil, wie heißt es schon, German Angst? Das Wort kennt man hier auch. Hier sehen die Leute, obwohl wir am Rande einer Rezession sind, positiv in die Zukunft. Und bei uns hat man einfach nur Angst, dass alles untergeht. Wenn wir mal so weitermachen, wenn wir uns die Wirtschaftsdaten anschauen. Ich meine, für den Industriestandort Deutschland ist es nun mal auch sehr schwierig. Ich habe auch mit Investmentbankern die Woche gesprochen. Sie sagen, sie würden ihren Kunden jetzt gegenwärtig nicht raten, in Deutschland zu investieren. Das muss man sich mal vorstellen. Das wäre früher undenkbar gewesen. Die sagen auch, wenn wir so weitermachen, die Zukunft wird eben nicht in Deutschland stattfinden. Und wir haben auch einer gesagt, the most stupid energy policy ever seen. Also die bescheuertste Energiepolitik, die ihr je gesehen habt. Ich sage, ihr seid eine Industrienation. Und bei euch ist Energie so teuer, dass die energieintensive Industrie, in diesem Fall auch die chemische Industrie, aber auch Automotive und sonstige abwandern. Und die anderen freuen sich. Auch hier ist Energie noch günstig. Sprit kostet eine ganze Ecke weniger. Strom ist günstiger. Und die Probleme, die wir haben, und wenn wir meinen, wir können die ganze Welt beim Thema Umwelt retten, nö, können wir nicht. Und was ich hier eben auch sehe, zumindest die Welt hier, die folgt nicht. Und in Amerika in großen Teilen auch nicht. Ja. Und dann kommt noch ein Fachkräftemangel dazu. Darüber hast du ja auch schon in deinem Buch gewarnt. Und ich muss sagen, eigentlich ist alles so gekommen, was du hier erzählt hast. Das heißt, ständig von denjenigen, die 2015 in der Merkel-Ära nach Deutschland geflüchtet sind, arbeiten nur knapp über die Hälfte. Du bist ja gerade in Australien. Wir hatten es jetzt im Vorgespräch davon. Es ist ja bekannt, dass Australien viele Fachkräfte aus dem Ausland holt. Was machen die Australier denn anders? Dass hier scheinbar mehr Qualität nachkommt, die dann vielleicht auch zum Bruttosozialprodukt beiträgt? Ja, das ist ganz simpel. Wie hat es ein Bekannter von mir formuliert? Deutschland ist ein Einreiseland, in das jeder einreisen kann. Und Australien ist ein Einwanderungsland, in dem der Staat bestimmt, nach strengen Richtlinien, wer willkommen ist und wer kommen darf und wer nicht. Also Studenten werden angelockt. Das ist ein gutes Business. Hier gibt es Top-Hochschulen. Die Studiengebühren sind hoch. Viele Studenten bleiben dann hier. Dann hat man schon sie praktisch ausgebildet selbst. Und die sind in der Regel fleißig. Viele USA sind auch, die auch smart sind. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, wenn man ein bisschen mehr Geld hat, als Investor. Da sind Investoren willkommen. Es geht zwar eine Million los, aber eigentlich zweieinhalb Millionen. Andere sagen auch fünf. Da gibt es viele Firmen, die sich nur darum kümmern, wie man am besten nach Australien einwandern kann. Rechtsanwaltsfirmen sind das in der Regel. Weil es ist super komplex. Es gibt anscheinend über 120 mögliche Visas. Andere sagen noch mehr. Aber wie gesagt, für illegale Einwanderung ist unmöglich. Die haben die Tore schon lange zugemacht. Und jeder, der nach Australien illegal kommt, wird außer Landes geschafft. Das ist Zero Tolerance. Und Australien zeigt doch, dass man ein Land mit einer riesen Küste, obwohl es nach Papua-Neu-Guinea, ganz im Norden, im Northern Territory, nur 150 Kilometer Seeweg ist, komplett schützen kann. Und das schon seit Jahrzehnten. Wie gesagt, hier ist es ganz klar, die Regierung hat auch da Maßnahmen gestartet, auch im Ausland. You'll never make it to Australia, wenn man illegal kommt. Da können wir vielleicht noch ein paar Bilder von den Kampagnen einblenden. Also die sind hier strikt auch selbst, wenn ich jetzt mein Visum überziehen würde und länger bleiben würde. Als Deutscher darf man Touristenvisum drei Monate bleiben. Dann fangen die mich ein und internieren mich sozusagen. Und dann schaut man, dass das Geld da ist. Und wenn das Geld da ist, werde ich nach Hause geschickt mit dem Flug. Also das ist hier ganz anders. Und auch als ich schon vor 25 Jahren mein Studentenvisum beantragt hatte, es war riesen viel Papier. Ich musste nachweisen, dass genügend Geld auf dem Konto ist für die Studiengebühren, für das gesamte Studium, plus Lebensunterhalt. Das ist immer noch so. Und als ich dann mein Visa hatte im Immigration Office, hat er gesagt, wenn du dich hier nicht benimmst, fliegst du raus. Full stop. Also das ist hier ganz anders. Die holen sich hier ihre Leute, die sie brauchen. Und selbst im Visumsprozess, wenn man praktisch auch alle Kriterien und Punkte erfüllt hat, gibt es auch noch einen Medical Check, den man bestätigen muss, dass man zeigen muss, dass man gesund ist, dass man dem Gesundheitssystem nicht zur Last fällt. Also Einwanderung in Sozialsysteme ist hier nicht erwünscht. Sind die dann alle rechts, wenn die keine Ausländer wollen, die kein Geld mitbringen? Und was ist mit der feministischen Außenpolitik? Also ich finde, das passt doch gar nicht zu den Grundwerten einer modernen Gesellschaft. Also ich würde sagen, hier ist das politische Spektrum genauso wie bei uns in alle Richtungen. Aber ich denke, oder das, was ich hier sehe, war die Migrationspolitik hier vielleicht nicht ganz verkehrt. Also hier gibt es wirklich auch alle politische Spektrum. Natürlich wird auch viel diskutiert, wie man es machen soll und wie nicht. Aber das Land ist super international, was ich jetzt gemerkt habe in den letzten Jahren, wie viele neue asiatische Restaurants auch aus dem Boden schließen, Ramen Places. Also auch viele Japaner, Koreaner, viele Chinesen. Und man merkt schon den Wandel auch in der Gesellschaft. Aber sie wollen halt A, entweder Leute, die was können oder B, Leute, die was können und Geld haben. So simpel. Sie sagen, wir machen das für unsere Leute, für unser Land und der Rest interessiert uns nicht. Mag hart klingen, aber hier ist weder eine Diktatur noch geht die Welt unter und ich sehe die Leute hier wesentlich happier und wesentlich zufriedener und stolz auf ihr Land als bei uns. Also die Stimmung hier ist ganz anders als in Deutschland. Das muss man einfach so sagen. Deswegen haben die vielleicht doch nicht alles falsch gemacht. Ja, so bekommt man also die Fachkräfte, die sich Deutschland wünscht und die unsere Politik wohl in die Welt hinausjagt. In Deutschland gibt es in den Großstädten sogar Straßen und ganze Viertel, wo man besser nicht hingehen sollte. Parallelgesellschaften und teilweise sogar heruntergekommene Gebäude, ganze Ghettos, wo sich auch die Polizei in eigenen Worten, habe ich das gehört, nur noch reintrauen würde mit einem Marsch-Trupp und mit Maschinenpistolen. Also wenn sowas entsteht, ja, als Parallelgesellschaft zu dem, was wir als Deutschland wahrnehmen, muss man doch ganz klar einschreiten als Politik. Das kann doch nicht so weitergehen. Ich meine, Frankreich ist ein leuchtendes Beispiel mit den Parallelgesellschaften, mit der Barlieu, da gibt es das schon länger. Ich hoffe nicht, dass es in Deutschland kommt. Ich kann nur hier sagen, hier ist dem nicht so. Es ist zum Beispiel in Sydney in manchen Worten auch etwas rougher geworden. Aber ich spreche jetzt mal hier wirklich von Melbourne, was die zweitgrößte Stadt ist und ich fühle mich hier absolut sicher und auch nicht in den teuersten Worten, aber in den besten Worten lassen die Leute noch tagsüber die Türe offen, wenn sie daheim sind. So ist alles ganz anders und Schlüssel liegt noch unter der Fußmatte und es ist wirklich eine andere Welt und wie gesagt, die Wirtschaftsboom, die Immobilienpreise gehen durch die Decke, weil immer mehr Leute kommen und immer weniger gebaut wird. Die Baumaterialien kosten ja auch mehr. Also wenn man jetzt meint, man wandert nach Australien aus und hat nicht wirklich was drauf oder hat richtig Geld, dann macht man hier keinen guten Schnitt, weil auch hier ist das Leben teuer. Abgesehen davon kommt man dann in der Regel gar nicht rein. Ja, aber Matthias E. Grove sagt doch der Robert Habeck und er sagt, dass es notwendig ist, dass wir unseren Wohlstand verringern müssen zum Wohle des Umweltschutzes. Also auch bei der Jugend gibt es ja viele, die diese Konzepte richtig und wichtig finden. Ist das nicht ein bisschen kurz gedacht oder anders gesagt naiv? Also ich sehe hier nichts von Degrows. Hier sprießen die Hochhäuser aus dem Boden und die Apartmentblocks. Früher waren hier so alles mit einzelnen Häusern. Jetzt sprießen die Apartmentblocks raus. Also hier ist nichts mit Degrows. Hier wollen die Leute Gas geben. Vor allem, es kommen eben auch viele junge Leute durch ihr Studium und die dann bleiben aus Asien und in China heißt es Nine to Nine. Von neun bis neun wird gearbeitet und die Mentalität bringt die hier mit und wenn wir denen was von Degrows erzählen, die lachen sich kaputt. Die kommen hierher, um in dem Land was zu erreichen und Gas zu geben und auch die Australier sind jetzt, würde ich sagen, nicht die faulsten. Ich meine, hier wird im Durchschnitt noch ein bisschen mehr sogar verdient als in Deutschland. Steuern sind ein bisschen niedriger. Das Leben, es ist immer so teuer geworden, alle meine Freunde beschweren sich, aber heute war ich in einem gutbürgerlichen Pub essen und da hatte ich das Gefühl, die Preise, die hier in Dollar waren, sind bei uns in Euro. Also so viel teurer ist das hier nicht geworden. Sprit kostet weniger, aber jetzt nochmal zum Degrows-Thema. Sorry, dieser Philosophie wird weder Australien noch wird in Asien folgen. Die lachen sich darüber kaputt. Die haben gesagt, wenn ihr Degrows wollt, dann könnt ihr das haben. Wir wollen Grows, wir wollen Wachstum. Ich war heute mit einem Uber-Fahrer, der war aus Indien, der hat gesagt, in spätestens 20 Jahren sind wir auch ganz vorne mit dabei. Ich glaube nicht, dass das mit Degrows geht, sondern da geht es nur um Wachstum und Grows. Und einer hat zu mir auch gesagt, wenn ihr so weitermacht, werdet ihr ein sensationelles Freilichtmuseum. Ja, die Welt lacht. Ich bin viel unterwegs, ich reise auch viel, ich spreche auch, wie du es gerade selbst sagst, auch gerne mit den Taxifahrern. Selbst die Pakistanis in Dubai wissen mittlerweile, die Notfallkarte wäre dann Deutschland, weil da kannst du dann auch, wenn du in Dubai rausgeworfen wirst, mit dem Bürgergeld zumindest deine Familie ernähren. Das haben ja mehrere Taxifahrer schon bestätigt. Wenn du dir sowas reinziehst, dann musst du dir doch die Frage stellen, was ist aus diesem Land geworden? Aber lass uns nochmal kurz auf die Energiepolitik zurückkommen. Weil wir haben es ja vorhin davon schon gehabt, die Energiepolitik jetzt nicht nur seit Nord Stream, sondern speziell seit der Abschaltung der AKWs und dann wieder der Reaktivierung der Kohlekraft, lässt die Welt doch den Kopf schütteln. In Deutschland und womöglich auch, ich würde sogar sagen, eigentlich in allen Ländern und auf der Welt hat es sich mittlerweile rumgesprochen, dass viele Traditionsunternehmen abwandern, BASF, Miele, Porsche und so weiter. Und stattdessen investieren diese Unternehmen dann in Gesellschaften, die eben Wachstum finden. China beispielsweise mit BASF. Und China scheint seine Hausaufgaben hier sehr, sehr gut zu machen im Bereich der Energiesicherheit. Denn dort baut man AKWs. Erst kürzlich hat dann auch noch ein großer Automobilhersteller, einen Tesla-Konkurrenten, hingeklatscht. Xiaomi mit unter 30.000 Euro, der dann sozusagen auch noch eine bessere Ausstattung als Tesla hat. Also die Chinesen geben richtig Gas. Auch wenn dort nicht alles in Ordnung ist und wenn die Immobilienwirtschaft schräg hängt. Meine Frage ist also, denkst du, diese Entwicklungen hinsichtlich Energiepolitik und auch die Konkurrenten im Technikbereich, die so stark aufholen, die beerdigen unsere Autoindustrie, von der Deutschland ja eigentlich lebt, von der wir 800.000 Beschäftigte direkt beherbergen? Ja, klar. Wenn die elektrischen Autos immer weiter voranschreiten, die Elektromobilität wird irgendwann, ja, vielleicht bremsen wir das jetzt noch ein bisschen, dann bauen die Chinesen das einfach bestimmt nicht schlechter und wesentlich billiger. Die Produktion in China ist einfach viel, viel, viel billiger und gerade im Thema Vernetzung und Sonstiges, da sind die mit Gewissheit uns nicht hinterher, wenn in manchen Bereichen auch schon vorne ran. Wenn man sich jetzt überlegt, auch manche, wie heißt das jetzt, entweder das neue KI-Unternehmen, das Mehrwert ist, wie der gesamte DAX, da sehen wir doch, wo die Reise hingeht. Und Apple gerade überholt, also das ist auch spannend, ja. Das ist verrückt eigentlich, ja. Ja, aber das ist, ich meine, KI ist die Zukunft, das wissen wir schon lange, ja, dass also das KI kommt und alles auf den Kopf stellen wird und wir überlegen uns dann, wie wir Maschinen besteuern und Sonstiges. Also, wenn ich es jetzt hier nochmal so sage, von der anderen Seite der Welt, wenn ich hier so den Fortschritt ziehe, auch das Technische und das Vernetzte und so was und auch die Affinität dazu, bei uns wird jetzt erstmal alles was Neues bekämpft und hier die Mentalität alles was Neues ist erstmal cool, das probieren wir erstmal aus. Und gerade durch die starke asiatische Community, die sehr technikaffin ist und auch gute Leute haben, klar, die ISAX zu Herz klingt, wenn wir so weitermachen, findet mit Sicherheit die Zukunft nicht in Deutschland statt und auch, das heißt ja, DAX ist auf Höchstkurs und die DAX-Unternehmen verdienen gutes Geld. Wenn man sich da mal ein bisschen das Detaillierte anschaut, dann sieht man, dass viele Gewinne im Ausland und nicht in Deutschland erwirtschaftet werden. Das ist auch ein wichtiger Punkt, den die meisten nicht verstehen. Die vierte industrielle Revolution ist ja in vollem Gange und der Gründungsvater des WF, Klaus Schwab, der jetzt seinen Rücktritt auch bekannt gegeben hat in naher Zukunft, hat ja das Ganze schon 2020 in seinem Buch COVID-19, The Great Reset, breitgetreten. Jetzt sehen wir das nicht nur in Form von der KI, wie du es gerade angesprochen hast, sondern auch in Bezug auf Wahlen. Er sagte, ich kann den Videoschnitt auch gleich mal einblenden, dass wir womöglich bald gar keine Wahlen mehr brauchen, weil die KI sowieso schon weiß, was wir wollen. Ich zeige es einfach mal ganz kurz und würde gerne mal deine Meinung dazu hören, auch hinsichtlich der anstehenden Europawahlen, die ja gerade Deutschland beschäftigen. Der nächste Schritt könnte sein, zu einem preskriptiven Modus, das bedeutet, dass du nicht mehr haben musst, zu wählen haben, weil du bereits prädikt, was prädikt und afterwards you can say, why do we need elections? Das ist spannend, mal schauen, wie weit das in Zukunft sein wird und ob die Leute wahlfaul werden oder nicht und was wirklich vorhergesagt werden kann. Wir sehen ja auch so schon mit den Wahlprognosen, die sind ja in der Regel ziemlich, ziemlich gut, was wir da schon können. Eigentlich wissen wir erst ungefähr schon, was bei rauskommt. Ich verspreche mir nur keine großen Veränderungen durch Wahlen, weil bis jetzt hat sich nicht viel geändert und ob es jetzt wie jetzt die Ampelkoalition ist oder ob es schwarz-grün wird oder CDU, CSU, SPD, was soll sich denn ändern? Bis jetzt hat sich nichts geändert, als von der Politik erwarte ich leider keine Veränderungen mehr. Ja, aber eine Sache, die trotzdem relevant ist, finde ich, die auch irgendwo eine politische Richtung mit sich nimmt, ist, dass es die Bundesbank und die Europäische Zentralbank über den Rollout der CBDCs gesprochen haben und zwar soll dieser 2025 stattfinden laut der Bundesbank. Die EU will also den digitalen Euro, den E-Euro ausrollen. Andere Länder sind ebenfalls in der Startphase auch. Australien macht da massiv mit, also die größte australische Bank ist dabei, das Bargeld komplett abzuschaffen und ich finde, das ist natürlich schon auch irgendwo eine beängstigende Entwicklung, wenn man darüber nachdenkt, welche Macht dann ganze Staaten und Zentralbanken erlangen uns gegenüber, unserer Freiheit, unserer Redefreiheit, unserer Bewegungsfreiheit gegenüber. Machst du dir darüber keine Sorgen? Doch, aber das wird kommen. Die Bürger werden sich dagegen nicht wehren und hier heißt es schön Fortschritt, auch wenn man den Fortschritt vielleicht nicht gutheißen mag, lässt sich nicht aufhalten und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir in Zukunft uns schwer wundern, dass wir unsere Freiheiten so hergegeben haben, aber da bin ich nicht positiv für die Zukunft eingestellt. Ich bin mir ganz sicher, dass das kommen wird und in 10, 15 Jahren werden wir uns wahrscheinlich gar nicht mehr an die heutigen Zeiten erinnern können, weil wir müssen immer schauen, wir sind ja schon älter, für die Jungen ist doch das ganz normal, die zahlen alles mit dem Handy. Also im Deutschen ist es noch nicht so extrem, in Südeuropa schon extremer, in Nordeuropa ist es extrem, hier jeder hat seine Kreditkarte und alles auf dem Handy, hat doch keiner mehr Cash in der Tasche, also das ist ja schon da und wenn man die Jungen da hinzüchtet und die Alten aussterben, wo soll dann der Gegenwind herkommen? Also das ist schon clever gemacht und die Argumentation ist ja immer, it's so easy, so einfach, warum soll ich noch hier mit Bargeld rumflitzen und viele nehmen ja auch schon gar kein Bargeld mehr an. Also da sehe ich schwarz, natürlich, dann hat man die totale Kontrolle und ich meine, das nicht positive Vorbild ist China, was in dem technischen Bereich alles möglich ist, da kann man die Leute ganz schnell auf Hals setzen, also ohne Probleme und das wird bei uns mit Sicherheit auch kommen. Bevor wir uns gleich mal über die Möglichkeiten des Vermögensschutzes unterhalten, da bist du ja auch absoluter Profi, möchte ich vielleicht noch mal kurz zwei Themen ansprechen, die auf nationaler Ebene ja die totale Medienlandschaft vereinnahmen. Das ist das Thema Mannheim und Sylt und so traurig dieser Tod, dieser unschuldige Tod von dem Polizisten Ruben Ellis möchte ich auch mal die Frage stellen, wie wird das denn außerhalb Deutschlands wahrgenommen? Spielt das überhaupt irgendeine Rolle? Nehmt ihr das wahr jetzt gerade, wo du dort bist oder ist das wirklich was, was uns so stark vereinnahmt, dass es eigentlich eher ein nationales Thema ist und in der Welt keine Rolle spielt? Das mit dem erstochenen Polizisten war hier natürlich auch in den Nachrichten ganz klar und auch mit den sonstigen Terroranschlägen, die es gab, ist natürlich auf der Agenda und deswegen, wenn die Politik immer träumt, dass sie Hochqualifizierte nach Deutschland anlockt, die internationale Community ist mittlerweile dank Internet auch so vernetzt, die wissen genau, was in Deutschland abläuft und die überlegen sich genau, ob sie mit ihren Familien, sei es aus Indien oder China oder sonst wo, nach Deutschland einwandern, wenn die solche Bilder sehen und abgesehen davon ist halt die Steuerbelastung in Deutschland einfach für Gutverdiener viel zu hoch und deswegen macht es das unattraktiv. Also die kommen lieber hierher oder nach Neuseeland, wo sie sagen, da ist es sicher, weil in der Regel wandert halt nicht einer aus, sondern mit der Familie oder sie wollen eine Familie gründen und klar spielt das eine Riesenrolle, im Ausland weiß man sehr wohl, was in Deutschland abläuft, die Terroranschläge, das ist ein globales Ding, das kriegt man überall mit und das macht den Wirtschaftsstandard Deutschland mit Gewissheit nicht attraktiv. Ja, die Sorge habe ich tatsächlich auch und lass uns doch noch mal kurz das Thema, weil es interessiert viele, Vermögensschutz aufgreifen, wir haben ja jetzt über ein paar Gefahren gesprochen, aber welche konkreten Möglichkeiten, ich meine, dass Gold und Silber eine Rolle spielen, das wissen die Zuschauer bei mir auf dem YouTube-Kanal, so ein Stück hat halt seit 6000 Jahren seine Kaufkraft, in Australien hat es übrigens auch eine große Bedeutung, die Goldgräberindustrie ist da sehr, sehr groß, ja, aber wie siehst du die Möglichkeiten, wo siehst du die Chancen, außer vielleicht auswandern in ein Land, in dem die Welt noch etwas besser tickt, wobei wir wissen ja, dass es sich um eine globale Agenda handelt, also welche Vermögenssicherungsmöglichkeiten siehst du derzeit? Also, wie gesagt, ein breit gestreutes Aktienportfolio ist gewiss nicht verkehrt, vielleicht doch mal überdenken, das Depot nicht in Deutschland, sondern außerhalb der EU zu haben, in der Schweiz, Liechtenstein, vielleicht auch in Andorra oder sonstiges, die Option, dann auf jeden Fall immer noch Edelmetalle, aber die Edelmetalle nicht nur in Deutschland, sondern auch im Ausland, Immobilien in Deutschland, wäre ich jetzt momentan gerade vorsichtig, wir sehen ja, da haben sich jetzt doch schon der ein oder andere die Finger verbrannt, weil es geht runter, hier geht es erstaunlicherweise immer noch hoch, aber es wandern halt auch immer mehr Leute hier ein, aber auch Leute, die sich eben Immobilien leisten können, nicht wie bei uns, wo der Staat alimentiert, deswegen, wir haben die Diskussion schon 2005 gehabt, dass die Immobilienblase platzt, ich meine, hier geht es jetzt, glaube ich, seit 27 Jahren kontinuierlich hoch und es wird immer teurer und es wird wirklich abgefahren, also in einem Haus, wo ich 2005 gewohnt hatte, das war irgendwie 800.000 Dollar wert und jetzt ist es 2,83 Millionen wert, nochmal, und vor ein paar Jahrzehnen, davor war es praktisch nichts wert, aber ich denke, der Boom wird hier noch weiter sein, aber als Deutscher kann man nicht einfach nach Australien kommen und ein Haus kaufen, die Party ist vorbei, das geht nicht, deswegen, man kann noch Immobilien außerhalb von Deutschland oder der EU kaufen, wenn man das Geld hat, auch in der Schweiz kann man sich eine Ferienwohnung noch kaufen, was auch nicht mehr so einfach ist, das ist eine Option, aber auch noch Cash, vielleicht auch noch ein paar Diamanten, wenn man gehen muss, aber sonst ist es momentan schwierig, wie gesagt, die Leitzinsen wurden jetzt zum ersten Mal ja auch von der EZB gesenkt, also auf dem Sparbuch lohnt es sich auch nicht mehr, momentan ist es wirklich gerade schwierig und vor allem jeder, der jetzt investiert, sollte sich halt gründlich überlegen, wie sieht denn meine Zukunft aus und wo findet vielleicht meine Zukunft statt, bei den Jüngeren oder auch bei denen, die ein bisschen mehr haben und danach sollte man seine Investments ausrichten, manch einer investiert auch in Dubai, das würde ich jetzt gerade nicht machen, das ist einfach nicht mein Ding, aber kann auch eine Option sein, ja, also wir leben in einer globalisierten Welt und man sollte sich jetzt eben in dem Punkt auch global aufstellen und zumindest global mit einem Aktien, mit einem globalen Aktiendepot oder ETF, wenn sie natürlich physisch gedeckt sind und keine Luggeschäfte sozusagen, wie gesagt, je breiter, desto besser, aber vor allem in dieser heutigen Zeit, wir sagen, wir leben in einem Land in Deutschland, das sich drastisch verändert hat, wo man sich überlegt, will ich hier alt werden oder will ich vielleicht doch eine Exit-Strategie haben und woanders hingehen und danach muss man seine Investments jetzt richten und nicht erst kurz vor der Rente oder kurz bevor man geht. Ich hatte gerade noch ein spannendes Gespräch mit Ronald Stöfferle, der eine sehr klare bullische Tendenz für Gold und Silber hat, gerade weil die Emerging Markets und die Bricks natürlich zu den größten Käufern zählen und weil das Wachstumsmärkte sind und weil es in vielen Staaten, also auch in Indien oder China, sehr kulturelle Bezüge dazu gibt, nicht nur, dass China der größte Goldförderer ist und davon nichts abverkauft und dort werden ja mittlerweile sogar an der Shanghai Gold Exchange höhere Preise fürs Gold bezahlt als bei der COMEX. Also das heißt, die ganze Welt richtet sich sozusagen mit den Augen bei Gold und bei Silber in Richtung Asien. Meine Frage ist also, würdest du die These unterschreiben, dass wir gerade in einem Rohstoff-Superzyklus sind oder dass wir da vielleicht gerade erst einsteigen oder das endet? Wo siehst du uns hier? Also ich sehe da, wie du es gesagt hast, gerade aufgrund der Punkte von Wirtschaftssupermächten wie China oder auch die kommende Wirtschaftssupermacht Indien, wo einfach über eine Milliarde Menschen leben und wo der Boom erst noch stattfindet und da ist Gold ein Riesenasset und auch kulturell bedingt und ich sehe da noch richtig viel Potenzial und wie gesagt, auch wenn in Europa jetzt die Leute anfangen, Gold zu verkaufen, wir sind in Relation zur Welt, zur restlichen Welt, so Harz klingt jetzt nicht mehr super bedeutend, und die Zeiten Europas waren vor 100, 200 Jahren, da haben wir bestimmt, wo es lang geht, aber jetzt müssen wir uns nach Asien richten und wenn die Chinesen und die Inder anfangen, ihr Gold zu verkaufen, dann sollten wir uns mehr Gedanken machen, wie wenn es ein paar Leute in Europa machen. Matthias, ich bedanke mich bei dir für das spannende Gespräch. Wir haben immer wieder viele Gesprächsthemen, wir werden das bald auch wieder fortsetzen, da bin ich ganz sicher. Ich lasse es dir natürlich, dass du den Zuschauern vielleicht auch noch ein Schlusswort mitgibst, wenn du irgendwas zu diesem aktuellen Thema loswerden möchtest, was etwas Hoffnung stiftet, weil aktuell sieht es ja so aus, als würden wir mit dem Kopf im Sand stecken, dann darfst du es hier gerne tun und falls nicht, dann darfst du gerne auch draufhauen. Nee, ich möchte was ganz, ganz Wichtiges sagen, auch vor allem an die jungen Menschen, bleibt nicht zu Hause, reist, fliegt, schaut euch an, wo es woanders aussieht, damit ihr seht, was bei uns nicht läuft und was woanders vielleicht besser läuft und wo man lernen kann. und ich habe mich auch gewundert, ich bin jetzt für 1100 Euro nach Australien geflogen, das muss man sich mal vorstellen, also so teuer ist es nicht und guckt euch andere Länder an, lernt von anderen Ländern und Kulturen und bleibt nicht in eurem Mikrokosmos und haltet dogmatisch an irgendwelchen Ideologien fest. Da werden sich die Grünen freuen, wenn wir sie zum Reisen mit dem Flugzeug animieren, ich tue das allerdings auch, weil ich kann es nur unterschreiben und in diesem Fall sage ich, Matthias, danke, dass du dir die Zeit genommen hast und dir wünsche ich eine schöne Zeit in Australien, genieße es und schicke ein paar schöne Bilder. Mache ich, danke schön. Ja und für alle, die weitere Tipps haben möchten, wie ihr euch schützt vor dem Slogan des Klaus Schwab, du wirst nichts besitzen und wirst glücklich sein mit seinem Weltwirtschaftsforum, das habe ich in diesem Ratgeber gemeinsam mit Ernst Wolf und Florian Homm bereits vor eineinhalb Jahren festgehalten und er ist zeitloser denn je. Wir haben dort ganz konkrete Tipps gegeben, wie ihr euer Vermögen bestmöglich schützt, welche Tipps ihr beachten solltet, in welchen Schritten und was das Basiswissen ist, das jeder braucht. Denn nicht nur das Vermögensregister, das Heizungsgesetz oder die Vermögenssteuern in Europa oder in Deutschland drohen uns, sondern auch die Politik und die Inflation als kleine Extrasteuer, die viele Bürger überhaupt nicht wahrnehmen und uns aufgezwungen wird und oft als stille Enteignung bezeichnet wird, ist es, was uns den Rest gibt. In diesem Ratgeber hier, wie ihr euch schützt vor dieser Enteignung Prepare for 2030, könnt ihr euch gerne kostenlos informieren. Ich verlinke ihn euch unter dem Video, ladet ihn runter, wir stellen euch kostenlos zur Verfügung. Und für alle, die dieses Gespräch jetzt genossen haben, eine kleine Empfehlung, schaut gerne auch ins letzte Interview mit Matthias und mir. Es ist immer noch zeitlos und ihr könnt ja einmal testen, wie viele der Aussagen eingetroffen sind. Dort könnt ihr es nachvollziehen. Abonniert außerdem gerne den YouTube-Kanal, klickt auf die Glocke, damit ihr stets über die neuesten Videos informiert werdet und ich bin sehr gespannt, was ihr mir mal in die Kommentare schreibt zu eurer Meinung zu diesen Problemen.